Uah! Gute Frage. Mit wem aus der Mannschaft würdest du in eine WB ziehen? Schwierig. Schwierig, aber wenn das ist. Andi Lotha. Mit Judoff, Kaffee frei. Jetzt ist er nur noch Siebkültzer. Benno auf jeden Fall. Anni Lotha. Mit Elbow. Dixing. Why? Er kann einen guten Scherz machen. Ich bin ein Doktor. Ich komme mit Pete. Philipp. Nick. Mit Pete auch gar keinen Fall. Mit Reggie. Mit mir hält es keiner aus. Anni mehr. Zu Serien. Essen viel. Mal am Ritter. Alma vielleicht. Richie. Handi. Mit Sven. Andreas Lotha. Bei Andi füllen wir einmal Wohl. Wie mein Sohn. Wer ist dein Sohn? Nihüs. Maron. Zuki. Maron. Richie. Andi Lotha. Mit so vielen kann ich? Ja, wenn die WG groß genug ist. Ich nehme nur Ava. Und Tobi. Richie, Kenny, Tobi. Das sind Patienten wie ich. Das passt. Mit Aron. Okay. Was ist Hollow. So. út. Ichしょki. Das istokus. Ich habe ja schon reden.